Ich denke mal, dass jeder hier das Interview mit Master Scorpion mitbekommen hat, oder eher Gespräch. Für dieses Video muss man es nicht ganz gesehen haben, da ich hier nach den mir notierten Punkten vorgehe und nicht chronologisch anhand des Gesprächs, weil dort immer mal wieder das Thema auch zu bereits besprochenen Themen gewechselt wurde. Zunächst muss ich sagen, dass sie selbst nicht damit zufrieden war, wie viele andere auch. Hier sind ausschlaggebende Gründe dafür, warum das nicht so gelaufen ist, wie sich das einige vorgestellt haben. Wahrscheinlich lauter und nicht so zurückhaltend. Zuerst habe ich sehr schnell gemerkt, dass so gut wie gar nicht auf meine Punkte eingegangen wird und man stattdessen in die emotionale Schiene geht, worauf ich überhaupt nicht klarkam, da ich ja inhaltlich auf die Videos zu sprechen kommen wollte. Dazu bin ich jemand, der lange über Aussagen nachdenkt, da ich diese sehr intensiv auseinandernehme und dann mein Konter auch nochmal auseinandernehme und immer so weiter. Ist für Videos mit Skript eine praktische Eigenschaft, im Interview aber großteils nutzlos, da es kaum ein Gespräch ist, wenn der andere fünf Minuten auf meine Antwort warten muss. Wäre auch weniger das Problem gewesen, hätte Marcel sich auch auf die Inhalte meiner Videos bezogen, denn Konter meiner Aussagen bin ich ja schon gedanklich durchgegangen. Das in Kombination lief dann darauf hinaus, dass ich mir hauptsächlich anhören wollte, was Marcel zu sagen hat. Auseinandernehmen kann ich es ja immer noch und da es öffentlich ist, alle anderen auch. Wäre für das Interview epischer gewesen, hätte ich es da gemacht, aber wenn man mir mit Emotionen kommt, habe ich halt keinen Plan, was ich dazu sagen soll. Gehen wir einfach mal die Punkte inhaltlich durch, die ich auch ansprechen wollte. Wenn sich Marcel dazu geäußert hat, bespreche ich das. Andernfalls kann er das ja auch in den Kommentaren klarstellen. Für Kommentare kann man sich ja auch beliebig Zeit nehmen. Zum verlogenen Statement muss ich nicht mehr so viel sagen, da ja schon gesagt wurde, dass dieses Video so nicht nochmal gemacht werden würde. Ich hatte den Eindruck, dass Marcel genau weiß, dass sein Statement totaler Müll war, aber so richtig zugeben, dass er komplett Scheiße gebaut hat, wollte er auch nicht. Im Nachhinein kann ich immer noch Punkte finden, wo du dir widersprichst. Ist nicht ganz so klug, sich gegen Hass auszusprechen, aber in einem Video zu sagen, dass man halt die Fresse unter dem Hashtag Kuchenarmy schreiben soll, den man im selben Moment auch noch provoziert. Hass auf Kommentare, die man auch noch selbst provoziert zu lenken, ist schon eine Spur weiter, als sich nur ein Hashtag auszudenken, von dem nie aufgefordert wurde, den irgendwo hinzuschreiben. Außerdem hast du im Video gesagt, dass du das Statement gemacht hast, weil dir der Hashtag Kuchenarmy auf den Sack ging, aber wie du gesagt hast, ging es dir ja nur um Klicks, hast du also auch gelogen. Von daher finde ich nach wie vor den Inhalt meines Videos gerechtfertig. Vom Stil her kann man sich streiten. Würde ich das Video heute machen, dann würde ich alle Beleidigungen gegen dich weglassen und den Rest so beibehalten. Das Video ist sehr provokant und sorgt dafür, dass sich viele Leute damit auseinandersetzen. Es wurde lang und intensiv in den Kommentaren diskutiert, was alles Übertreibungen waren und welche meiner Vorwürfe zutreffen und inwieweit du tatsächlich ein Heuchler bist. Du machst es dir ziemlich einfach, wenn du sagst, alle Zuschauer glauben das blind. Gerade unter den Videos gegen dich wurde am meisten darüber diskutiert, ob das, was ich sage, überhaupt so stimmt. Neben der Fraktion, die mir das Instant glaubt, gibt es auch die Leute, die mir nie glauben werden, weil sie dich aus Prinzip verteidigen. Aber von denen bekommst du weniger etwas mit, weil das in meinen Kommentaren deutlich wird. Dort versuchen sie dich ja krampfhaft zu verteidigen und nicht in deinen Kommentaren. Außer sie antworten natürlich bei dir auf Kommentare, die gegen dich gerichtet sind. Aber alle würden mir das blind glauben, ist gerade bei dem Video zu deinem Statement am wenigsten der Fall gewesen. Das hattest du im Interview nicht so stark betont. Ich beziehe mich damit auf die Aussagen, meine Zuschauer würden das, was ich sage, zum Großteil undifferenziert so weitergeben. Und in deinem Video Hate gegen Marse Scorpion meintest du ja auch, dass Meinungen aus Meinungsblocks einfach als Wahrheit angenommen werden. Tatsächlich bekomme ich bei jedem Video eine ganze Menge Kontra, mal mehr und mal weniger qualitativ. Kommen wir zum Video mit deinen Insider-Informationen. Ich muss zunächst anmerken, dass wenn du mich schon zu einem Interview einlädst, du dir auch die Videos gegen dich angesehen haben solltest. Beide. Auch wenn du dich nicht mit Videos gegen dich befassen willst, befindest du dich doch vor dem Interview in einer ganz anderen Situation, als wenn du Privatvideos schauen willst und dort Videos gegen dich umgehst. Das kann man nun wirklich von einem erwarten, dass man sich ein 7-minütiges Video gibt, wenn man stark davon ausgehen kann, dass man dazu befragt wird. Zu dem Video habe ich auch nicht so viel zu sagen. Eigentlich kannst du es dir auch gleich ansehen, dann spare ich hier Zeit. Ist auch nicht so, wie das erste Video formuliert. Was ich dazu sagen wollte war, dass selbst Kong-Crafter teilweise Trends gut parodiert, anstatt denen einfach nur zu folgen. Und dabei sind die Videos auch so aufgebaut, dass die Durchschnittszuschauer solcher Trends zum Nachdenken angeregt werden. Ein gutes Beispiel ist ein Video Baden in Wasser. Ist sehr ironisch und überspielt aufgezogen, aber an mehreren Stellen des Videos fragt er, was dieser Trend eigentlich soll und warum sich die Leute das angucken. Dem Zuschauer wird so vorgeführt, wie lächerlich das ist, jemanden beim Baden in irgendwelchen Mist zuzuschauen und wie simpel und einfallslos diese Videos sind. Da steckt eine kritische Aussage in dem Video. Bei dir allerdings sind es die Trendvideos, wie man sie kennt. Die sind immer so künstlich aufgesetzt. Das, was du als ironische Darstellung bezeichnest, ist der normale Stil dieser Videos, weil junge Leute rumgeschreie und kindisch aufgesetztes Verhalten feiern. Eine kritische Aussage geht aus deinen Videos überhaupt nicht hervor. Es ist also der gleiche Müll wie bei anderen auch. Kommen wir nun zum Video Hashtag Neustart, welches du so episch aufgezogen hast. Wäre doch ein guter Zeitpunkt, diese billigen Trendvideos hinter sich zu lassen und stattdessen hochwertigere Videos zu produzieren, die eventuell auch eine starke Aussage haben. Aber anstatt irgendwas zu ändern, legst du einfach nur zwei feste Uploadzeiten fest. Und das ist dein Neustart. Hast du überhaupt mal daran gedacht, wirklich etwas zu ändern, anstatt immer nur pseudoepische Ansprachen ohne Inhalt zu halten? Das würde mich mal interessieren. Und ich meine Veränderungen, die nicht nur darauf abzielen, deinen Inhalt der großen Masse noch zugänglicher zu machen, um noch mehr Klicks zu geiern. Du sprichst in dem Video von Fake-Freundschaften, alle würden nur auf Zahlen schauen und sich verkaufen. Schon mal daran gedacht, selbst etwas zu ändern, indem du dich änderst? Indem du zum Beispiel nicht mehr nur auf Zahlen achtest und mehr auf deine bereits vorhandene Zuschauerschaft eingehst, anstatt nur darüber nachzudenken, wie du diese noch vergrößern kannst? Schon mal daran gedacht, wieder menschlicher zu werden und sich vom persönlichkeitslosen YouTuber, der sich stets für Klicks verbiegt, wegzuentwickeln? Das waren meine Fragen dazu. Zum Video Abrechnung mit den Trends sagte ich ja schon, dass ich es ziemlich ironisch finde, dass ausgerechnet du so ein Video machst. Zudem war das Video komplett inhaltslos. Es war einfach nur ein Reaction-Video. Nur, dass bei denen meistens das Video, auf welches reagiert wird, unterhaltend ist. Das Video hat einfach überhaupt keine Aussage, nur ein paar Titel und Thumbnails kommentiert. Und das war's. Aber was sollst du schon da sagen? Immerhin machst du diese Scheiße ja selber. Warum also dieses Video? Vor allem kritisierst du einfach dieses Thumbnail. Findest du etwa dieses besser? Oder dieses? Oder dein ursprüngliches Thumbnail zum LA-Vlog? Was muss alles falsch laufen, um so ein Bild von seiner Freundin als Thumbnail zu benutzen? Ich kann mich zwar täuschen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie hier die Bremse gezogen hat und dich das Thumbnail hat ändern lassen. Wie du ja sagtest, weißt du, mit welchen Thumbnails du provozierst und Aufmerksamkeit erreichst. Aber wenn sowas dabei rauskommt, sollte man sich doch fragen, ob das, was man tut, nicht schon längst zu weit geht. Findest du das moralisch vertretbar, deine Freundin so für Klicks auszunutzen? Oder ist dir das egal, weil andere das ja auch machen? Damit möchte ich auch kurz auf dein Video Hate gegen Master Scorpion zu sprechen kommen. Dort betonst du, wie du schon immer zugegeben hättest, klickgeil zu sein. Macht es das besser? Clickbait mit Falschinformationen im Titel ist Verarsche. Auch wenn es Schlimmeres gibt, es ist Verarsche. Was für Hashtag Neustart, wenn du nur feste Uploadzeiten einführst? Was für eine Abrechnung mit den Trends soll das sein, wenn du nur etwas oberflächlich über ein paar Videos sprichst und sonst nichts aussagst? Du versprichst vorsätzlich etwas mit einem Titel, was dein Video kein Stück erfüllt. Du verarschst die Leute, weil sie etwas anderes erwarten. Und warum? Wegen Klicks. Ist dieses Vorgehen nun besser, weil du es zugibst? Ich denke nicht. Klar ist Hate, also sinnlose Beleidigungen, nichts, was auch nur irgendjemand gebrauchen kann. Jedoch sagst du deinem Video selber, dass du weißt, womit du provozieren kannst. Also was wundert es dich dann, wenn du Hate abbekommst? Hast es selbst hinaufbeschworen und du änderst ja nichts dran, sondern machst einfach so weiter, weil es Klicks bringt. Glaubst du, dass jetzt ein Video, wo du auf emotional machst, etwas ändern wird? Zum Thema Real Talk meintest du ja, dass du es eher sein lässt, bevor du in Gefahr läufst, dich selbst zu widersprechen. Ich rate auch dazu, wenn man schon sowas macht, das auch überlegt umzusetzen. Wenn man solch Real Talk Videos einfach mal schnell dahin klatscht, um ein paar Views abzugreifen, gerät man leicht in Gefahr, sich nicht nur in dem Video, sondern auch später zu widersprechen. Und wenn wir von schlecht und schnell gemachten, in sich unschlüssigen und widersprüchlichen Real Talk Videos von deiner Seite in Zukunft verschont bleiben, dann hat sich ja wenigstens etwas getan. Was ich noch positiv anmerken muss, ist, dass du zwischen meinen Videos und Videos, in denen du sinnlos beleidigt wird, unterscheiden kannst. Das Video von Superman Dennis gegen mich, welches er inzwischen auch schon wieder gelöscht hat, sei eine ganz andere Schublade von Video. Matthew kann den Unterschied scheinbar nicht erkennen. Und auch im Umgang mit solchen Videos verhältst du dich mit am vernünftigsten und stellst dich dem lieber, anstatt deine Anwälte auf mich zu hetzen, mich abzumahnen und anzuzeigen, wie das andere YouTuber so machen, um so zu verhindern, dass ich das nochmal mache. Respekt dafür. Aber das macht weder deinen Content besser, noch deine Widersprüche oder die Art und Weise, wie du dir Klicks ergeierst. Scheißegal, wie du privat bist, hier auf YouTube wirst du hauptsächlich nach deinem Content beurteilt. Und wenn du mit billigen Real Talk Videos Klicks geierst, dann kritisiere ich dich auch entsprechend dafür. Juck doch dann nicht, wie korrekt du privat bist, das Video ist es doch trotzdem nicht. Dass Zuschauer von mir unter den Videos von kritisierten YouTubern Präsenz zeigen, lässt sich kaum vermeiden. Ich muss zugeben, dass sich mein Mitleid für Leute, die fünfstellig im Monat verdienen, in Grenzen hält, gerade wenn deren Problem Hate auf YouTube ist. Sowas geht vorbei, wenn man es nicht selbst weiter befeuert. Zudem sagte ich ja bereits, dass sich stumpfe Beleidigungen von meinen Zuschauern unter anderen Videos sehr stark in Grenzen halten. Respekt an dieser Stelle an meine Zuschauerschaft, ich hab's echt gefeiert, wie Superman Dennis unter seinen Videos auf normaler Ebene kritisiert wurde, teilweise wurden Punkte angesprochen und weiter in seinen Kommentaren ausgeführt, die bei mir im Video gar nicht vorhanden waren. Und als er seine Leute zu mir geschickt hat, gab's bei mir nur stumpfe Beleidigungen und richtig dumme Kommentare. Den riesigen Niveauunterschied der Kommentare seitens meiner Zuschauer und der von Superman Dennis habe ich mega gefeiert. Und auch hier rufe ich gerne dazu auf, dass wenn ihr schon zu Kritisierten rübergeht, dass ihr da bitte keine stumpfen Hate-Kommentare dalasst, sondern die YouTuber und deren verblendeten Fans kritisch auseinandernehmt. Auf Intelligenz reagieren die meisten allergisch, damit gebt ihr ihnen mehr Kontra, als wenn ihr sie nur als Hurensohn oder ähnliches beleidigt. Aber das Ganze hat ja sogar ohne, dass ich was dazu sagen musste, sehr gut geklappt. Und das feiere ich wirklich, nicht irgendwelche Abo- oder Klickzahlen. Mein scharfer Ton in meinen Videos sorgt dafür, dass sich viele Leute mit den Themen auseinandersetzen. Viele sind skeptisch, ob man jemanden, der so übertreibt, auch Glauben schenken kann und hinterfragen das Ganze. Das ist für mich wesentlich wertvoller als eine Masse, die mir einfach stumpf alles glaubt. Deswegen werde ich diesen Ton noch weiterhin beibehalten. Allein, dass du dich mit mir in Verbindung gesetzt hast, um das zu klären, zeigt, dass ich mit dieser Art der Videos etwas Erfolg habe. Als YouTuber mit großer Reichweite sollte man mit einer Hatewelle umgehen können. Das gehört nun mal dazu, wenn man so groß in der Öffentlichkeit steht. Ist nichts Positives, lässt sich aber nicht immer vermeiden. Und wenn große YouTuber damit nicht umgehen können, dann trage ich eben dazu bei, dass sie es lernen. Es läuft zu viel falsch auf YouTube, als dass ich Rücksicht auf die Gefühle von gut verdienenden YouTubern nehmen könnte, das Ganze sein lasse oder stark entschärfe. Wer seine Zuschauer, wie auch immer, verarscht, belügt und oder ausnutzt, der muss damit rechnen, dass auch mal etwas zurückkommt. Und da braucht man sich auch gar nicht so krass in die Opferrolle stellen. In diesem Sinne, macht's besser, haut rein!